Wein, Rotwein, rot wie das Blut der Frauen, die vom Wege abkamen und ein Trinkspruch auf sie und auf alle Überlebenden. Über den Verkauf von Wein füllt diese Vereinigung ihre Spendenkasse auf, um weiterhin weibliche Opfer vor häuslicher Gewalt zu schützen. Ökologischer Wein aus den Colonias de Galeón in Constantina, Sevilla. Sie verkaufen Flaschen im Vereinssitz in den Geschäften der Stadt und verschicken auf Bestellung. Jedes Jahr nehmen 1200 Frauen an ihren Projekten teil, doch es mangelt an finanziellen Mitteln. Um die Aktivitäten aufrecht zu erhalten, starteten sie diese Kampagne. Sie weiß, was es bedeutet zu leiden. Die Angst haben, dass sie mich zu töten. Wir arbeiten von der Verkauf der eigenen Körper, der eigenen Liebe sehr wichtig. Die Vino ist eine sensualität, es zu spazieren, es zu sein, 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 es zu sein. Und das ist eine Vengewunschung für die Maltraten und der Patriarchung. Offizielle Daten bestätigen, dass 27.000 Frauen im Jahr 2014 in Spanien häuslicher Gewalt zum Opfer fielen. Wir erheben unser Glas auf jene, die ihr Glück im Leben wiederfanden.